Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Affiliate Webinar Blackbox geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bevor ich hier über meine persönlichen Affiliate Webinar Blackbox Erfahrungen schreibe, möchte ich erst einmal ausführlich das Produkt von Reichschmutz erklären. Damit auch diejenigen wissen, worum es geht, die noch keine Erfahrungen mit Affiliate Marketing gesammelt haben. Affiliate Marketing. Einfach gesagt ist es ein internetbasierendes Provisionssystem. Firmen, die online zum Beispiel Produkte in einem Shop verkaufen, bezahlen Provisionen an Website Betreiber, die Besucher zu dem Shop schicken, welche dann auch etwas kaufen. Im Unterschied zum Beispiel zu normaler Wannerwerbung ist die Vergütung beim Affiliate Marketing erfolgsabhängig. Man bekommt als Website Betreiber also nur dann eine Provision, wenn der vermittelte Internetnutzer auf der Firmenwebseite etwas Bestimmtes tut. Das Produkt. Die Affiliate Webinar Blackbox ist laut Ralf Schmitz sein größter Stolz. In über 20 Monaten Arbeit hat Ralf Schmitz die Blackbox erstellt. Die Affiliate Webinar Blackbox ist ein möglich umfangreiches Paket und kombiniert Videokurs, Coaching, Ratgeber und Partnerprogramm. Der Grundgedanke der Affiliate Webinar Blackbox ist Videokurse mit Hilfe automatisierter Webinare zu verkaufen, ohne dabei jemals selbst ein Webinar zu halten. Und nein, es ist kein Videokurs, in dem Ralf erklärt, wie man ein automatisiertes Webinar erstellt. Es ist viel mehr. Man bekommt zu über 20 Produkten vorgefertigte Webinare, die Verkaufen und Split getestet wurden. Kombiniert man eine genialen Refinanzierungsstrategie mit dem Blackbox zu ultimativen Lead Profit, Sales Funnel und Affiliate System. Einfach nur Copy-Paste, fertig. Warum Webinare? Wer im Internet Geld verdienen möchte, träumt von einer Conversion Rate, die möglichst hoch ist, also letztendlich kaufende Kunden. Sprechen wir von dieser Konversionsrate, wie sie zu Deutsch heißt, reden wir in der Regel von einstelligen Prozentraten. Viele kennen diese Rate noch nicht einmal. Da eine Webseite nur wenige Sekunden hat, um die Kunden zu binden, ist die Konversionsrate hier auch am geringsten. Geschicktes E-Mail-Marketing bietet hier bis zu 5% höhere Raten. Verwendet man zum Beispiel Videos in seinen Mails, erhöht man auf jeden Fall die Klickrate und letztendlich auch die Verkäufe. Es gibt aber eine Königsdisziplin, an die sich die wenigsten Leute herantrauen. Du kannst diese Disziplin wirklich in nahezu allen Geschäftsbereichen einsetzen. Egal, ob du dein eigenes Geschäft pushen möchtest oder auch wie Ralf mit Affiliate sein Geld verdienst. Über Ralf Schmitz. Wer Ralf Schmitz kennt, weiß, dass er den Namen als Affiliate König nicht von ungefähr bekommen hat. Er ist seit 2006 bereits als erfolgreicher Einzelkämpfer im Internet unterwegs, um sein Geld zu verdienen. Er hat seit 2011 sogar schon ein Team um sich aufgebaut, weil er allein nicht mehr mit dem Umsatz von 5 Millionen Euro fertig wurde. Wer schon einmal auf einem Webinar von Ralf Schmitz war, der weiß, dass dieser Mann wirklich fundiertes Wissen an seine Kunden weitergibt. Auch das brandneue Produkt hält diesem Anspruch stand. Ralf Schmitz ist außerdem bekannt für sein Event die Affiliate Days, welche alle zwei Jahre stattfinden. Weitere Produkte von Ralf Schmitz sind unter anderem das perfekte Laptop-Business, der Low-Cost-Welt-Bummler und der VIP Affiliate Club. Aktualität. Die Affiliate-Webinar-Blackbox ist top aktuell. Webinare sind beliebter denn je und ein Muss für jeden Affiliate. Da Ralf Schmitz für seine Qualität bekannt ist und er immer für Aktualität seiner Produkte sorgt, wird das Produkt auch so schnell nicht alt werden. Preis-Leistung. Die Affiliate-Webinar-Blackbox hat definitiv einen stolzen Preis. Das Ganze relativiert sich aber wieder, wenn man die Affiliate-Webinar-Blackbox richtig umsetzt und das Geld wieder reinbekommt. Man bekommt über 20 Projekte, die fast jede Nische abdenken. Somit ist die Blackbox ihr Geld definitiv wert. Pro. Hochwertiger Content, viel Bonus-Inhalte, top Aufbau, super einfach umsetzbar, einfach nur Copy-Paste, fast jede Nische abgedenkt. Contra. Hochpreisig, man benötigt ein weiteres Zusatzprogramm. Review meine Affiliate-Webinar-Blackbox-Erfahrungen. Das komplette System kann man innerhalb eines Tages umsetzen, wenn man das macht. Deshalb ein super Produkt. Perfekt für Macher. Alles in allem ist die Affiliate-Webinar-Blackbox ein tolles Produkt. Für jeden Affiliate-Marker ein absolutes Muss. Man kann die Produkte anderer wirklich perfekt vermarkten. Zudem ist die Blackbox so aufgebaut, dass man sich seine eigene E-Mail-Liste aufbauen kann, obwohl man die Produkte anderer vermarktet. Es ist super strukturiert und das Copy-Paste einfach genial. Man braucht keine eigenen Webinare halten und der Zeitaufwand ist so gering, dass alles optimiert ist. Von mir definitiv eine klare Kaufempfehlung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertete dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de. Bei Beton, bei Beton, bei Beton, bei Beton, bei Beton, bei Beton und bei Beton. Das war der Flo von Beispiel mit Beton.